Project Cars ist seit letztem Jahr mit zahlreichen DLCs als Game of the Year Edition erhältlich. In insgesamt 125 Fahrzeugen könnt ihr über mehr als 100 Strecken heizen. Das Entwicklerteam Slightly Made Studios bietet euch zusammen mit Publisher Bandai Namco actiongeladene Rasereien auf wirklichkeitsgetreuen Strecken. Im Steam Summer Sale könnt ihr die Game of the Year Edition für 21,56 Euro kaufen. Damit macht ihr ein wahres Schnäppchen, da ihr für das Paket bei Steam normalerweise fast das Vierfache auf den Tisch legen müsst.